Suchen Sie eine gemütliche Unterkunft in idyllischer Lage? Dann sind Sie bei Hannigs Pension in Lemwerda genau richtig. Wir vermieten Zimmer und Ferienwohnungen im Grünen, wie zum Beispiel einen Bauernhof mit eigener Küche. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Ruhe der ländlichen Umgebung. Gerne informieren wir Sie über unser gesamtes Angebot. Rufen Sie uns an!